ja wer hat es kommt schon mal schön viel holz rein und die nahrung wurde auch schon wahrscheinlich größtenteils aus unserem karren geholt mal gucken wo haben wir ihn da können wir ja mal kurz wieder reingucken mit team items ja man sieht es ist nicht mehr viel hier drin es ist hauptsächlich nur durch klopf und die bags sind hier drin gelagert also das stoffzeug und hat die chestnuts sogar die samen wurden bereits hier unten abgelegt gut gucken wir mal wieder hier runter wie es so läuft läuft ziemlich gut sie buddeln sich hier schön durch unsere beiden schmiedezwerge die gleichzeitig bergarbeiter sind und ja ich hatte es ja schon mal erwähnt normalerweise ist das spiel nur in ascii zeichen und dann werden die beiden halt einfach smileys aber durch das grafik pack sieht man ihn jetzt durch die ambosse an dass es schmiede sind so wie man auch jetzt hier bei einem general ansieht dass er holzfäller ist und den anderen zwergen hier oben dass die köche und farmer und so weiter sind also die beiden sind farmer er ist glaube ich steil jetzt und er hier mit dem buch in der hand müsste dann führer sein so mein holzfäller ist dort noch ziemlich beschäftigt meine beiden zwerge hier sind es auch aber den anderen zwergen wollen wir mal einen neuen job geben und zwar sagen wir mit p geben wieder den stockpile modus und sagen mit s wie stein dass wir ein stein stockpile haben wollen und zwar hier in dem gang wollen wir einen stein stockpile haben damit die ganzen steine hier nachher uns nicht im weg rumliegen so kriegen die zwerge da oben genau da kommen sie schon angerannt etwas zu tun und die ganzen steine von hier und hier auf den stockpile legen die sind uns danach ja nicht mehr im weg bis wir ein anderes lag in anderen lager platz für steine haben ein oder zwei etagen tiefer dann so das kann jetzt eine weile dauern bis sie den erst das erste zimmer hier freigegraben haben gucken wir mal was wir sonst doch so machen können also holz wird abgebaut essen ist da wir haben schön lebigen boden wir haben hier den fluss und ja das mit dem fluss kann ich euch auch mal kurz erklären hier sieht man es nämlich schon hier steht überall 7 das bedeutet hier in dem bereich also erst mal schwimmt hier etwas rum in dem fluss was ist das karpfen lecker und das ist ein selffin molly was auch immer das für ein fisch sein soll der schwimmt in einem murky pool also in einem tümpel es gibt nämlich einen unterschied zwischen flüssen tümpeln und das ist auch ein murky pool also murky pool sind einfach nur flache tümpel wenn ich das jetzt richtig sage es gibt aber auch größere sehen die sind etwas tiefer dann als nur eine ebene an wasser man sieht es ja hier hat das hier ist jetzt die ebene über dem wasser das hier ist die wasser ebene die hat sieben jetzt hier überall siebener stehen das ist nicht nur einfach für den effekt sondern das zeigt auch an wie voll das wasser da ist also hier sieht man dass sich die zahlen verändern weil in der richtung das wasser eben abfließt hier hingegen fließt das wasser nirgendwo ab deswegen bleibt da immer sieben einheiten wasser von sieben möglichen drin hier im fluss fließt das wasser natürlich hier über den kartenrand hinaus und weg genauso wie es hier unten eigentlich herankommen sollte also das so wird die flussrichtung bestimmt hier fließt das wasser ab und hier kommt es und hier sind jede menge fische und hier ist noch irgendetwas was ist denn das was da rumschwimmt die klammer das ist ein brook lemprey also auch irgendein fisch das ist lachs oh lachs ich mag lachs gut gucken wir uns mal an wie weit unsere zwerge hier unten schon sind wo die haben schon gut was ausgeräumt hier also ja lasst sie ruhig mal schwere brocken tragen das können unsere zwerge schon ab während unsere miner schön das gebiet da freiräumen damit wir unsere stockpiles vom eingang mal verlegen können ja dessen können wir uns ja ein bisschen weiter umgucken was es hier noch gibt hier geben es eine schöne große ausbuchtung wenn wir hier alle rampen entfernt hätten und hier den eingang gegraben hätten hätten wir hier eine mauer ziehen können und wären richtig schön geschützt gewesen aber das habe ich nicht gemacht ich habe uns lieber hier unten eingegraben hier ist es doch auch schön da verputzt gerade einer ein fisch da auch hier sind bienenstöcke Bienenzucht damit habe ich mich doch gar nicht beschäftigt in dem spiel vielleicht wagen wir uns da irgendwann mal ran wenn es sein muss ja unser holzfehler fällt immer noch holz aber wie man sehen kann ist das stockpile voll das heißt das holz bleibt einfach da liegen wo es ist hier sind bärenbüsche schon wieder nachgewachsen hier unten ist immer noch ziemlich viel voll mit felsen am besten geben wir den bereich ja auch mal als stein stockpile an also p für stockpile s für stein und sagen hier ist stone während sie hier alles frei machen also ja die das der anfang ist ein bisschen zäh bis man mal die den ersten raum frei gelegt hat aber da dürfte es etwas besser werden holz haben wir hier und naja holz geht hätte sich in grenzen wir haben ja auch woodland ausgewählt als startgebiet und nicht stark bewaldet aber das dürfte gehen hauptsache wir kriegen erstmal genug holz für betten und neue fässer und kisten vor allem ding zusammen so hier sieht man schon alles wird mit steinen vollgepackt das heißt man muss sich muss aufpassen dass man sich nicht was bricht wenn man hier in den eigenen in den bereich rein will so eine ecke ist schon mal frei hier oben jetzt müssen noch die anderen ecken und die mitte frei gemacht werden mal gucken wie es draußen so aussieht nahrung haben wir noch genug ja hier sind übrigens auch noch steine im weg die weg gemacht werden müssten also mauern und hier unten haben wir gerade schon eine nachricht bekommen dass einer unserer schmiede zu einem miner geworden ist man sieht sein symbol hat sich geändert weil er jetzt so gut im minoren ist ich kann euch ja mal kurz über die announcements zeigen also erstmal ist bredo hier unser expeditionsleiter geworden zazit taboldok also unser generales woodcutter geworden und wuka atelator ist ein miner geworden also sie sind jetzt so gut in den berufen dass sie eben ein anderes symbol kriegen und das ist preisgegeben wurde dass sie jetzt nicht mehr nur ähm jivis in den fächern sind sondern das auch beherrschen ja und unser anderer schmiede ist auch zum miner geworden jetzt sind beide mit miner zeichen unterwegs und jetzt können sie auch viel schneller minern also wenn ich mir mal kurz ein zwerg ansehe mit v few units das ist der zwerg hier mein waffenschmied und ich unter pw professions gucke äh nein das war falsch z war auch nicht ganz richtig g doch hier steht es ja das blaue ist der auftrag und das hier drunter steht ähm sind seine skills also er ist schon ein professional miner also er ist so gut als miner wie als waffenschmied er ist aber nur ein skilled mit metal schmied also wir haben ja nur vier punkte Metallschmied gegeben beim embarking deswegen ist er da nur skilled und nicht proficient dafür ist er aber ein schlechter nachmacher und ein schlechter streitschlichter also fähigkeiten können auch einrosten wenn sie länger nicht benutzt werden das ist dann wieder sozusagen der sims aspekt ja aber dafür wird jetzt langsam unser innenraum hier freigeräumt auch von steinen die unterwegs sind auch wenn unser stockpile hier langsam wieder nicht ausreicht hier oben sind alle steile weggeräumt unser woodcutter macht ordentlich holz äh tun wir mal das stückchen hier auch noch als stein stockpile designieren so der meiner hat einen feiner runden ein blau das heißt er hat Durst oder Hunger und er ist müde wahrscheinlich auch Hunger oder Durst genau deswegen geht er jetzt hier was essen oder trinken darauf muss man auch immer achten auf die Bedürfnisse der Zwerge weil sonst kann ein Zwerg ganz schnell mal einen Tantrum werfen also durchdrehen und anfangen irgendwelche anderen Zwerge zu töten und wenn es dann gerade passiert dass man die Frau oder den Mann von einem Zwerg tötet dann wird der Zwerg wiederum stinkig und fängt auch an andere Zwerge zu töten also muss man immer gucken dass die Zwerge mit den Zwergen alles soweit in Ordnung ist deswegen ist es auch immer wieder gut zu wissen was für Vorlieben und Abneigung Zwerge haben weil bestimmte Zwerge lieben bestimmtes Holz oder bestimmte Steinsorten oder mögen bestimmte Waffen oder so so gut das nächste was wir machen ich zeige euch mal das Bau äh building ähm System also mit BGW ins Baumenü können wir hier jetzt unsere unsere Gebäude aussuchen die wir bauen wollen und zwar das erste was wir brauchen wenn ich es finde ähh platzieren wir hier und dann können wir hier auswählen das Material hier sehen wir wie weit es weg ist und die Anzahl die wir davon haben also am Anfang habe ich ja zwei Pigtail Fiber Ropes mitgenommen und die benutze ich jetzt hier mit V um zwei Restraints zu bauen gut jetzt werden sich irgendwelche Zwerge die nichts zu tun haben die Seile aus dem Karren schnappen und sie hier festmachen jetzt gucken wir mal hier unten rein ja sehr schön hier auf der Seite ist schon mal Platz also geben wir hier mal mit wieder ins P einen neuen Stockpile aber diesmal keinen äh festgelegten sondern ein Custom Stockpile und zwar machen wir den schon mal so äh so groß also von der Ecke einmal Shift zwei zurück einmal Shift zwei zurück so das hier ist unser Stockpile und den können wir normalerweise mit Q genau mit Q können wir in die Gebäude diese Einstellungen gehen und mit Chains Settings machen und zwar können wir jetzt einstellen was dieser Stockpile alles aufnehmen soll Essen soll er keins aufnehmen er soll auf jeden Fall Furniture also Möbel aufnehmen er soll Munition Münzen Bars Blocks Edelsteine Finished Goods also das ist Zeug zum Handeln und auch Rüstung und so weiter soll er aufnehmen Leder und Stoffe Holz nicht Waffen und Amor das soll er erstmal aufnehmen unser Stockpile Furniture Hier 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 hier